Ja hallo zusammen, ich bin's, der Stefan von psd-tutorials.de und ich habe euch heute ein Videotraining mitgebracht, in dem wir uns einer ganz klassischen Herausforderung des Agenturalltags stellen möchten. Aber keine Angst an dieser Stelle, es ist nicht das Tagebuch des täglichen Wahnsinns, das ich jetzt schreiben möchte, sondern es ist einfach nur die moderne Gestaltung einer Visitenkarte, hierfür ein fiktives Architekturbüro und neben dem Designprozess natürlich dann auch die Herausforderung, wenn man solche Visitenkarten für eine ganze Belegschaft einer Firma erstellen möchte. Es gibt ja auch Leute, die lassen sich nicht gern helfen, aber ich sage euch, InDesign ist ein super starkes Programm und bietet uns zahlreiche Automatisierungshilfen, wodurch der Workflow um ein Vielfaches beschleunigt wird und genau solche Automatisierungshilfen werden wir uns zunutze machen und ich spreche hier ganz konkret von der Datenzusammenführung bei Visitenkarten. Mit dieser Datenzusammenführung ist es dann hinterher möglich, mit einem Klick Visitenkarten im großen Stil zu erstellen, ob für 10 Leute, 20 Leute, 50, 100 oder gar 1000 oder noch mehr, das ist alles kein Problem und ich werde euch einfach zeigen, wie wir das anstellen. Im letzten Teil des Videotrainings möchten wir natürlich noch darauf eingehen, wie muss so etwas aufbereitet sein, damit wir das natürlich auch konform an die Druckerei eures Vertrauens übermitteln können. In meinem Fall werde ich mich hier auf via Printo beziehen und wirklich im Detail klären, was ist wichtig beim Export, welche Einstellungen müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden und wie muss das finale Produkt aufbereitet werden, dass wir es dann hochladen können. Gut, ich bin bereit, wenn ihr es seid und ich würde sagen, wir starten einfach mal gemeinsam durch. Dazu öffne ich jetzt mein InDesign. Okay, also das ging ja schon mal ganz einfach, oder? Aber jetzt geht es wirklich ans Eingemachte und bevor wir loslegen können, müssen wir in Erfahrung bringen, was denn unsere Druckerei für uns für Bestimmungen bereithält. Deswegen werden wir unsere Druckerei via Printo einmal im Internet besuchen. Ich öffne dazu den Internet Explorer. Gebe in die Adresszeile via Printo ein und schon lädt sich die Seite, haben sie recht übersichtlich an dieser Stelle gemacht. Wir können direkt auf die Visitenkarte einmal klicken. Voila! Okay. Das erste, was wir wollen, ist auf jeden Fall das Hochformat. Und um in Erfahrung zu bringen, welche Details wir denn berücksichtigen müssen, gehen wir auf dieses Fenster, Details und Vorlagen. An dieser Stelle können wir ein Datenblatt öffnen. Und dort können wir jetzt genau ablesen, was denn die Bestimmungen sind für eine Visitenkarte. Das Endformat wird hier mit 55 mm auf 85 mm beschrieben. Und zusätzlich verlangt via Printo aber eine 3 mm Beschnittzugabe. Das erkennt man hier an dem grau schattierten Bereich und ist quasi ein Zusatz zum finalen Produkt. Denn im Schneideprozess sorgt dieser dafür, dass keine Blitze entstehen oder sonstige unschöne Überraschungen auf uns warten und deswegen 3 mm Beschnitt dazugeben. Ansonsten macht uns via Printo auch darauf aufmerksam, dass wir Gestaltungselemente so anlegen, dass, wie gesagt, keine Blitze entstehen. Aber auch, dass wir einen Sicherheitsabstand zu Schnitt- oder Falzkanten einhalten. 4 mm wollen sie haben. Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen. Ebenfalls Blitzer zu vermeiden. Ihr seht schon, also Blitzer sind nicht nur auf der Straße ungern gesehene Gäste. Auch im Druckbereich stören sie einfach nur und gilt zu vermeiden. Ansonsten können wir hier nochmal die Produktspezifikationen näher betrachten. Und auch die 300 dpi als Bildauflösung sollten wir berücksichtigen, sofern wir Bilder verbauen werden. Gut, nachdem wir das jetzt in Erfahrung gebracht haben, gehen wir zurück ins InDesign und erstellen das Dokument. Wir beginnen mit Datei neu, Dokument und können uns dort entscheiden, dass das Zielmedium für den Druck vorgesehen ist. Jawohl. Eine Doppelseite brauchen wir allerdings nicht und das Format werden wir hier neu definieren. Wir wollen 55 mm in der Breite und 85 mm in der Höhe haben. Eine Spalte ist okay. Die Ränder werden wir jetzt erstmal über dieses Kettensymbol alle gleichstellen. Und zwar 4 mm an jedem Rand, so wie es uns auch via Print und Nahe gelegt hat. Und dann werden wir noch einen 3 mm Anschnitt oben, unten, links und rechts dazugeben. Könnte man jetzt halt auf diese Art und Weise machen, dann wäre auf jeden Fall alles richtig. Aber ich möchte euch an dieser Stelle noch einen alternativen Weg zeigen. Und zwar führt er wiederum auf die Webseite unserer Druckerei. Denn dort haben wir die Möglichkeit, ganz bequem derlei Vorlagen herunterzuladen. Und das finde ich eigentlich ziemlich praktisch, wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte, wie was jetzt wo angelegt werden soll. Einfach hier auf InDesign klicken, das Ding speichern. Dazu werde ich jetzt mein Download-Fenster einmal hier öffnen, extrahieren, speichern. Und jetzt haben wir hier schon unsere Vorlage, die IDML-Datei, die öffne ich. Und siehe da, via Printo hat sich dort die Mühe gemacht, uns eigentlich schon alles abzunehmen. Und das ist eigentlich auch ziemlich praktisch, dann spart man sich nämlich den ganzen Anlegungsprozess. Natürlich müsst ihr nicht verzagen, dass ihr jetzt hier alles löschen müsst. Im Gegenteil, via Printo hat das hier auf eine andere Ebene gelegt. Wir können das Ganze mal entriegeln und dann über das Augensymbol einfach ein- und ausblenden. Und so haben wir jederzeit unsere Spezifikationen noch einmal parat. Ist ganz praktisch. Lasse ich jetzt auch so. Und mit diesem Rolling wollen wir jetzt anfangen zu designen. Und was natürlich nicht fehlen darf, das sind erstmal die Hausfarben, die wir brauchen. Und deswegen legen wir uns einfach drei neue Farbfelder an. Können wir hier oben über die Farbpalette auf dieses Menü, neues Farbfeld. Und wir bewegen uns ja hier im CMYK-Farbraum, eben weil wir das Ganze für den Druck aufbereitet haben. Und beginnen einfach damit, zwei Grautöne zu definieren. Das können wir alles auf Null lassen. Erst bei Schwarz werden wir auf 85% gehen. Dann haben wir so einen Anthrazit-Ton, den werde ich hinzufügen. Und ein etwas zarteres Grau, das werde ich mit 50% Schwarz definieren. Und auch das werden wir hinzufügen. Jo, und als nächstes brauchen wir auf jeden Fall noch ein saftiges, schönes Apfelgrün. Und das werde ich mit 53, 5, 100 und 0 definieren. Und hier ist es schon wirklich frisch und peppig fertig. Und dann haben wir unsere Farben. Als nächstes ist es wichtig, dass wir natürlich auch mit Hilfslinien arbeiten. Und ich möchte auf der Vorderseite nur zwei Hilfslinien haben. Nämlich die sollen mir helfen, den Kernpunkt, beziehungsweise die exakte Mitte einmal zu definieren. Dafür kann ich mit meinem Cursor auf das Lineal gehen. Ich halte jetzt die Maustaste gedrückt und ziehe einfach eine Hilfslinie aus dem Lineal heraus. Die lasse ich an dieser Stelle einfach mal fallen. Und kann hier oben im Menü die X-Achse auch einfach genau definieren, indem ich jetzt die Mitte haben möchte. Weil ich jetzt aber zu voll bin zum Rechnen, gebe ich einfach 55 geteilt durch 2 ein. und schon haben wir in der Vertikalen genau die Mitte getroffen und das gleiche hier oben einmal auf das Lineal geklickt. Mit der Maus nach unten fahren und dann haben wir unsere zweite Linie. Und auch die werde ich mit 85 mm, da das Ding ja 85 mm hoch ist, geteilt durch 2 genau mittig ausrichten. Als nächstes braucht man natürlich Elemente, die das Layout auch füllen und dazu werfen wir noch einmal einen Blick auf unseren Entwurf und dort können wir schon erkennen, hier auf der Vorderseite, hier sind Flächen mit diagonalen Kanten verbaut, aber auch gerade Flächen, Logo. Diesen großen Flächen widmen wir uns aber zu Beginn als nächstes. Dazu zoome ich jetzt ein bisschen heraus. Geht übrigens mit Alt und Mausrad. Könnt ihr so ganz bequem immer dorthin zoomen, wo der Cursor ist. Das ist super praktisch und ich wähle jetzt mein Rechteckwerkzeug und ziehe erstmal eine große Fläche auf, die ich mit der Farbe Anthrazit füllen werde. Auch eine Kontur und zwar im Apfelgrün mit 3 Punkt. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch in die Schräglage versetzen und deswegen kann man hier oben einen Neigungswinkel definieren mit 49 Grad und dann schiebe ich das noch so ein bisschen genauer hin. Wenn ich jetzt auf W drücke, dann ändere ich auch diese Ansicht und kann das auch besser beurteilen, ohne jetzt den ganzen Rest zu sehen, der ja gar nicht mitgedruckt wird. Das gleiche brauchen wir auch hier oben, deswegen werde ich einfach nur eine Dublette davon erstellen. Ich markiere das Objekt, halte die Alt-Taste gedrückt. Jetzt habe ich einen Doppelpfeil und dieser Doppelpfeil verrät mir, dass er jetzt als eine Kopie erstellen wird und jetzt ziehe ich mit gedrückter Maustaste das Objekt einmal an die linke obere Ecke und schon haben wir unsere schönen diagonalen Linien da drin verbaut und das nächste, was wir uns jetzt anschauen, ist der mittlere Steg. Und dazu werde ich wieder ein Rechteck erstellen, werde das hier aufziehen. 9,6 mm ist mir ein bisschen zu wenig, ich werde das auf 12 erhöhen. Auch eine Farbe dazu, ich treffe immer die falsche. Wir wollen das dunkle Grau haben. Jetzt brauchen wir noch eine Kontur, nämlich die gleiche Kontur, die wir hier zu sehen haben. Aber wenn ich auf dieses Rechteck einfach nur die Kontur anwende, dann haben wir diesen unschönen Effekt, dass hier die Kontur durchbrochen wird. Und das wollen wir so nicht haben, deswegen werden wir uns einen Trick bedienen. Ich werde die Kontur wieder wegnehmen, werde das Rechteck mit STRG-C in die Zwischenablage kopieren und werde es an der Originalposition einfügen. Jetzt haben wir eine Dublette, das heißt zweimal liegt das Objekt direkt übereinander und ich kann jetzt auf den Ebenen das genau beobachten. Das ist das vordere Rechteck hier, das ist das hintere Rechteck. Und das werde ich jetzt in der Farbe auf Grün ändern und werde es in der Höhe einfach mal auf 115% erhöhen und jetzt werdet ihr schmunzeln und sagen, oh, das durchbricht ja schon wieder unser schönes Dreieck an dieser Stelle und ihr habt vollkommen recht. Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass wir die Ebenen-Hierarchie noch einmal ändern können. Ich wähle das hintere Rechteck nämlich aus und schiebe es in den Hintergrund und jetzt könnt ihr beobachten, dass es hier saubere, schöne Kanten ergibt und es eigentlich ziemlich genau der Vorgabe entspricht, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Und als nächstes müssen wir natürlich dem Ganzen mal eine Identität geben und dafür werden wir jetzt ein Logo erstellen. Das ist gar nicht so schwierig, wie das aussieht. Ich zeige euch nochmal hier den Entwurf. So sieht das Ding aus. Ist kinderleicht eigentlich und wir fangen einfach damit an, indem ich ein Rechteck aufziehe. Ich werde dem jetzt einfach mal eine Farbe zuweisen. So. Und werde dann über das Polygonwerkzeug ein Dreieck erstellen. Einmal klicken. Und zwar Anzahl der Seiten bitte 3. Kontur brauchen wir auch an dieser Stelle nicht. Setzen wir in Grau. So. Und jetzt werden wir das hier linksbündig ansetzen. Ziehen das genau so auf, wie wir das haben möchten. Das ist mir ein bisschen zu groß. So. Und vielleicht das Ganze noch ein bisschen schmaler. So in etwa. Und jetzt kommt der Pathfinder zum Einsatz. Und zwar, der Pathfinder ist ziemlich praktisch, wenn es darum geht, zwei Objekte miteinander gänzlich zu verbinden. Deswegen markiere ich jetzt hier beide. Den Pathfinder habe ich hier in meiner Palette. Aber den findet ihr auch über Fenster, Objekt und Layout. Hier findet ihr auch den Pathfinder. Okay. Wir haben die beiden Objekte markiert. Ich werde jetzt auf dieses Symbol klicken. Das steht dafür, dass beide Objekte zu einer Summe verschmelzen sollen. Ist quasi eine Addition beider Elemente. Und schon ist unser Haus fertig. Das schiebe ich jetzt erstmal auf die Seite. Und im nächsten Schritt wird es darum gehen, dass wir den Hintergrund gestalten. Und dazu habe ich eigentlich nichts weiter getan, als vier Rechtecke aufgezogen. Auch mit gedrückter Shift-Taste. Damit die Kantenlänge identisch ist. Kann ich jetzt auch eine Farbe geben. Nehmen wir mal grün. Ein bisschen größer muss es, denke ich, schon sein. Und dann werde ich davon eine Dublette erstellen. Und von beiden ebenso eine Dublette erstellen. Und jetzt werde ich diesem Windows-Fenster, so sieht es fast sogar aus, Eckenoptionen zuweisen. Und zwar, wir sind jetzt links oben. Obacht geben, dass das Kettensymbol deaktiviert ist. Und einfach eine abgerundete Ecke zuweisen. Das gleiche dann auch. Rechts oben. Rechts unten ebenso. Und zu guter Letzt links unten. Okay. Jetzt zoome ich einmal heraus, damit ich einfach mal von der Proportion feststellen kann, ob das in etwa so meinen Vorstellungen entspricht. Ein bisschen größer möchte ich das gerne haben. Und das Haus muss natürlich da jetzt drauf. Deswegen werde ich das in der Mitte ausrichten. So, das Haus einmal drauf gesetzt. Und bitte aber anordnen in den Vordergrund. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu zerschneiden. Dazu brauchen wir auf jeden Fall wieder den Pathfinder. Und wir müssen anfangen, einzelne Gruppen noch einmal zusammenzufassen. Nämlich links oben und rechts unten soll bitte über den Pathfinder zu einer Einheit verschmelzen. Ebenso rechts oben und links unten auch zu einer Einheit verschmelzen. Jetzt könnt ihr euch das mal eben anschauen. Indem ich das verschiebe, seht ihr was passiert ist. Das ist ein eigenes Objekt geworden und auch hier rechts ist es ein eigenes Objekt geworden. Ich werde das mit STRG-Z wieder zurückbewegen und auch das Haus wieder zurückbewegen. Und wozu jetzt zwei Hintergrund-Elemente? Liegt daran, dass wir zwei verschiedene Farben verwenden möchten. Und zwar soll der Flügel links oben und rechts oben nämlich in einem zarten Grau erscheinen. Während diese beiden Grasflächen, könnte man andenken, vom Haus grün bleiben sollen. Davon werde ich jetzt mal die Farbe ändern, sonst verwirrt es vielleicht ein bisschen. Gut, die beiden werde ich jetzt markieren und als Gruppe zusammenfügen. Und jetzt ist es wirklich eine geschlossene Einheit. Nur das Haus steht noch separat. Und das werden wir mittig ausrichten. Auch wiederum mit SHIFT beide angewählt. Ausrichten. Und dann kann ich über das Ausrichten-Bedienfeld das Ganze einmal mittig zentrieren. Das war schon fast mittig ausgerichtet, aber ich möchte es ein bisschen kleiner noch haben. STRG, SHIFT und ALT lässt das Ganze am Mittelpunkt ausgerichtet schrumpfen, wenn ich das in der Ecke kleiner ziehe. Und jetzt, da wir wissen, dass es zentriert ausgerichtet ist, werde ich davon eine Kopie erstellen. Mit STRG-C bearbeiten. An Originalposition einfügen. Es liegt wieder direkt darunter. Seht ihr? Und jetzt werde ich die Gruppe noch einmal aufheben. Denn jetzt kann ich das Haus von der grünen Fläche einfach abziehen über den Pathfinder. Zack. Und ebenfalls das Haus darunter von der grauen Fläche abziehen. Zack. Und schon haben wir unser schönes Logo, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Ganze werde ich jetzt noch einmal markieren. Als Gruppe zusammenfassen. So sieht das Ganze dann aus. Und wir haben es schön geschlossen. Als eine Einheit können wir es beliebig duplizieren, kopieren oder skalieren. Das lässt sich jetzt nicht mehr zerstören. Jetzt geben wir dem Kind noch einen Namen. Dazu kann ich hier oben einfach ein Textfeld aufziehen. Schön groß. Und suche mir die passende Schrift aus. Das ist die Akku Rounded Pro, die ich dafür vorgesehen habe. Und schreibe einfach rein. Hausfiktiv. Das Architekturbüro. Der Eigenname wird schön groß dargestellt, nämlich mit 15 Punkt. Und das darunter auf 7,3 Punkt. Das habe ich bewusst so gewählt, dass in etwa die zweite Zeile sich an der Breite der ersten Zeile orientiert. Jetzt kann ich das Ganze hier unten hinschieben. Wir richten uns jetzt an diesem Beispiel an der blauen Linie aus. Mit einem Doppelklick auf den Anfasser hier unten wird das Ganze auf die richtige Größe transformiert. Und jetzt kann ich den Text mit STRG A markieren und zentrieren. Jetzt sollten wir das Ganze vielleicht noch mittig ausrichten. Deswegen habe ich hier mein Textfeld markiert und dahinter den Steg. Über Ausrichten kann ich es schön in die Mitte setzen. Und jetzt fehlt im Grunde nur noch, dass wir das Haus in ein saftiges Grün setzen und den Rest in ein schönes strahlendes Schneeweiß. Ja, und so einfach geht das schon mit dem Namen. Zum Schluss fehlt hier eigentlich nur noch unsere illustrativen Elemente. Und die werden wir jetzt halt auch gleich platzieren, damit wir die Vorderseite dann fertig haben. Jetzt werden wir noch über Datei platzieren, die Grafiken auswählen. Auswählen, nämlich einmal unseren Stift, den Spitzer, das Lineal und den Circle alias Zirkel. Die habe ich jetzt alle im geladenen Mauszeiger. Und wenn ich jetzt die Pfeiltasten drücke, dann switcht der quasi zwischen den Elementen hin und her. Ich brauche als erstes das Lineal, das werde ich nämlich ganz unten platzieren. So in etwa den Spitzer oben hin, den Stift auch mit dazu und den Zirkel etwas größer an diese Stelle. Dort kann man natürlich jetzt ein bisschen feiner die Justierung vornehmen, den Stift zum Beispiel etwas anschneiden. Das sind übrigens Vektordateien, deswegen kann man die beliebig groß skalieren. Den Spitzer setzen wir auch dazu und den Zirkel in etwa an diese Stelle. Okay, erste Seite, finito, fertig. Wir werden das Ganze jetzt einmal abspeichern. Datei speichern unter und dem einen Namen geben. Haus fiktiv wie Card in grün. Speichern. Alles klar. Und jetzt machen wir uns an die Rückseite. Ist auch hier ganz nett, via Printor hat uns bereits eine zweite Seite schon angelegt. Und mit dieser werden wir im nächsten Schritt arbeiten. Ich möchte gerne Hilfslinien erstellen. Hier etwas mehr, denn auf der Vorderseite war es ja so, dass die extrovertierte Dynamik irgendwo das Erscheinungsbild unterstreichen sollte. Aber auf der zweiten Seite werden wir ein bisschen statischer vorgehen, da wir sehr viel Text haben. Und deswegen über Layout Hilfslinien erstellen. Elf Hilfslinien möchte ich haben mit einem Spaltenabstand von 0 Millimeter. Im Hintergrund sehen wir es schon, wenn man hier die Vorschaufunktion aktiviert hat. Und an denen können wir uns super einfach orientieren. Wir ziehen, wie in der Vorlage, ich zeige sie euch nochmal. Hier rechts sehen wir den Entwurf, den wir nachbauen möchten. Und wir beginnen mit den großen grünen Balken oben und unten. Dazu nehme ich ganz einfach wieder das Rechteckwerkzeug. Werde an der Beschnittkante oben ansetzen. Und ein Rechteck aufziehen. Und mit der Farbe grün füllen. Und werde mit Alt und Shift auf der Achse eine Dublette davon anlegen. Und wenn ich jetzt die Ansicht ändere, dann sieht das so aus. Und das passt. Als nächstes brauchen wir natürlich noch unsere dunkelgraue Box, die ich jetzt von Hand aufziehen werde. So in etwa. Einmal in Farbe tränken. Jawohl, das geht doch super einfach. Ein bisschen tiefer vielleicht. Gut, dann klauen wir uns von der ersten Seite das Logo. Steuerung C. Und werden es auf Seite 2 an der Originalposition einfügen. Ein bisschen größer werde ich eskalieren, damit wir an den Hilfslinien uns orientieren. Und die Oberkante, die werde ich hier auf 5 mm ausrichten. Mit dem Namen nähern wir uns schon ziemlich nah an unserem Endergebnis. Deswegen ziehe ich an dieser Stelle einfach ein Textfeld auf. Hier werden wir jetzt die Myriad Pro nehmen, da die Akku Rounded nur für den Eigennamen verwendet wurde. Und für die Korrespondenz die Myriad Pro vorgesehen ist. Schreiben wir ganz beliebig rein. Markus Mustermann. Das Ganze einmal mittig ausgerichtet. Und natürlich viel größer. Denn 12 Punkte reicht uns an dieser Stelle nicht. Wir wollen gerne 14 Punkte haben. Den Vornamen, den setzen wir noch in Semibold. Während wir den Nachnamen in Light setzen. So, dann schieben wir das Ganze etwas nach unten. Genau, als Zeilenabstand werde ich hier 18 Punkte vorgeben. Und für die nächste Zeile werde ich dann den Geschäftsführer in 10 Punkte hinterlegen. Gut, dann gibt es auch hier ein kleines farbliches Highlight. Der Geschäftsführer wird hellgrau. Und den Namen setzen wir in dunkelgrau. Okay, ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Wir können auch hier mit einem Doppelklick auf den Anfasser erst der richtigen Größe zuordnen. Dann machen wir gleich weiter mit den restlichen Adressdaten, die wir noch vorgesehen haben. Aber keine Angst, bevor euch die Füße einschlafen, machen wir das Ganze im Schnelldurchgang. Denn ich habe schon alles in meiner Bibliothek vorbereitet. Denn ich möchte euch ja nicht langweilen, wie ich das Ding anlege. Es sind im Grunde nichts weiter als Textfelder und ein bisschen Piktogramme dazu. Das könnt ihr auf jeden Fall auch alleine. Einmal mittig ausgerechnet, schon sitzt das Ding. In unserer Vorlage, die ich mal eben noch aufrufe, haben wir ja noch diese schönen zarten Linien, die dann wirklich zum Ende hin, links und rechts, ganz toll in einem Verlauf ausufern. Und genau das wollen wir nachbauen. Und deswegen bedienen wir uns im InDesign ganz einfach dem Linienwerkzeug. Ich halte jetzt die Shift-Kaste gedrückt. Dadurch haben wir eine schöne gerade Linie. Nur 0,6 Punkt soll sie dick sein. Und Farbe brauchen wir ja eigentlich keine. Es geht nur um die Kontur, die wir auf das zarte Grau anwenden werden. Und jetzt hat aufgepasst. Jetzt rufen wir die Effektepalette auf. Und dazu werden wir jetzt eine weiche Verlaufskante hinterlegen. Das Einzige, was wir hier ändern müssen, ist, dass wir die Art auf Radial verändern, bestätigen. Und jetzt haben wir genau den Effekt. Genau das Gleiche. Ich drücke mal STRG 0 für die gesamte Seitenanzeige. Machen wir hiervon mit gedrückter Alt- und Shift-Taste eine Kopie. So. Und eine zweite Kopie weiter unten. Und jetzt sind wir auch mit dieser Seite fertig. Und im Grunde haben wir jetzt eine wunderbar tolle Vorderseite. Diese hier. Und unsere Rückseite schon erstellt. Und jetzt geht es an die Datenzusammenführung. Wie bekommen wir jetzt hin, dass wir für eine Belegschaft von 10 Leuten nicht die Visitenkarten immer neu anlegen müssen, sondern, dass wir einfach mit einem Klick das InDesign erledigen lassen. Und das zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Schritt. Ist im Grunde gar nicht so tricky. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine TXT-Datei mit allen Mitarbeiterstammdaten. Die habe ich hier. Wir haben jetzt zwar diverse Mitarbeiter mit einem Name, Vorname, Funktion, Straße, Postleitzahl, Ort, E-Mail und Durchwahl. Das Einzige, was hier besonders ist, ist, dass die einzelnen Wörter mit Tab-Stops voneinander getrennt sind und dann einfach fortlaufend nach unten aufgelistet werden. Das schließe ich an dieser Stelle, kehre zurück in mein InDesign und benutze jetzt die Datenzusammenführung. Wenn die bei euch hier nicht rechts in der Seite drinnen ist, dann könnt ihr ganz einfach über Fenster Hilfsprogramme die Datenzusammenführung öffnen. Und dort können wir dann die Datenquelle auswählen. Mitarbeiterstammblatt, Hausfiktiv, öffnen. Und jetzt erkennt er, aha, die erste Zeile ist also die Quellzeile und dort entnimmt er quasi alle Bezeichnungen, Name, Vorname, Straße und so weiter. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, das zeige ich euch. Wir markieren uns jetzt den Mustermann und werden dort den Tag Namen hinterlegen. Und bei Markus werden wir den Tag Vornamen hinterlegen. Das ist jetzt ein bisschen groß, er zeigt uns hier einen Übersatztext an. Zu Demonstrationszwecken werde ich das Ganze jetzt einfach mal auf 13 Punkt machen. Dann passt es schön in eine Zeile. Den Geschäftsführer holen wir uns auch. Das ist die Funktion. Und weiter geht es dann schon mit der Straße. Die Hauptstraße schmeißen wir raus und der Straßentag kommt rein. Und auch hier werden wir die Postleitzahl hinterlegen. Und Musterhausen werden wir mit dem Ort kennzeichnen. Scrollen wir ein bisschen hinab. Hausfiktiv, das ist auf jeden Fall gleich. Aber die E-Mail-Adresse, die ändert sich natürlich. Und deswegen werden wir hier das MM mit dem E-Mail-Kürzel versehen. Und dann fehlt im Grunde nur noch die Telefonnummer. Und wir wollen nur noch die Durchwahl hinten ergänzen. Und dann haben wir eigentlich im Grunde schon alles Relevante hinterlegt. Da sehe ich gerade noch einen kleinen Fehler. Und zwar muss ich hier etwas ausgleichen. Das Add-House-Fiktiv können wir rauslöschen, denn das steht bereits auch in der E-Mail schon drinnen. In den Metadaten sozusagen. Und jetzt können wir mit der Datenzusammenführung starten. Wir haben alle Tags hinterlegt. Ich klicke dazu einmal auf die Datenzusammenführung. Werde jetzt hier zusammengeführtes Dokument erstellen, auswählen. Das hüpft mir leider ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich klicke einmal drauf. Dann gibt es hier ein schönes Dialogfeld, das uns sagen soll, was passiert bei Übersatz oder Warnung bei fehlenden Bildern etc. Ich bestätige das Ganze und jetzt rattert InDesign durch. Und schreibt mir hier, beim Zusammenführen der Datensätze wurde kein Übersatztext erstellt. Und jetzt haben wir uns so viel Arbeit gespart. Ich bestätige das und wir können jetzt hier über die Seitenansicht mal sehen, was InDesign gemacht hat. Das hat uns für alle Mitarbeiter die Visitenkarten erstellt. Und wir können jetzt mal durchgucken. Albrecht Markus, der Geschäftsführer. MA ist ein Kürzel für die E-Mail-Adresse und er hat die Durchwahl Nummer 11. Schauen wir mal bei den anderen nach, wie es bei denen aussieht. Okay, ich glaube das Einzige, was ich jetzt hier falsch gemacht habe, ist, dass der Name jetzt andersrum steht. Aber das ist nicht weiter tragisch. Denn das Prinzip habt ihr sicherlich verstanden, dass man alles super erstellen kann mit wenigen Klicks. Die Architektin ist auch mit drinnen. Und wir gehen noch ein bisschen tiefer. Wen haben wir hier? Den Marketingmanager, Auerbach Sven. Hervorragend. Genau so wollte ich das haben. Und jetzt machen wir uns daran, wie muss das Ganze jetzt aufbereitet werden, damit es auch via Printo verarbeiten kann. Weil da gibt es ja einige Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Denn der Teufel steckt auch hier im Detail. Und das machen wir jetzt gleich noch im nächsten Schritt. Werfen wir doch einfach nochmal einen Blick auf via Printos Webseite und sehen uns mal die Hilfe an, was die dazu sagen. Und zwar kann man hier unter Anleitungen, Quelldokument erstellen, für den PC, zumindest arbeite ich am PC. Manche von euch werden vielleicht auch Mac-Anwender sein. Unter diesem Punkt sehen wir jetzt von der Erstellung bis hin zum Export alle Bestimmungen, die wir berücksichtigen müssen. Was wir hier so wunderbar schön grafisch dargestellt bekommen, das werde ich jetzt Schritt für Schritt bei uns im Dialog einmal umsetzen. Und deswegen kehre ich zurück in InDesign und werde dort den Export-Dialog einmal öffnen. Gebe mir dem Ganzen noch einen Namen, und zwar einfach mal vCard dazu in einem neuen Ordner, den ich dann Export nenne. Da drin werden wir das speichern. So, hier haben wir unseren Export-Dialog. Via Printo hat geschrieben, Sie möchten gerne PDF X3 2002. Kann ich euch gerne zeigen, wo das steht, damit ihr das vielleicht auch mal selber findet, wenn ihr das sucht. Wählen Sie als Vorgabe bitte PDF X3 2002. Ist super toll, dass Sie das da so einfach dargestellt haben, denn man kann wirklich nichts falsch machen. Dann werde ich natürlich alle Seiten exportieren, und auf dieser Seite müssen wir weiterhin nichts machen. Gehen wir auf die Komprimierung. Via Printo sagt uns zum Bereich Komprimierung, dass wir die bikubische Neuberechnung auf 356 und 534 setzen sollen. 356 und 534, das hat er schon automatisch ergänzt, ist ja auch praktisch. Dann sollen wir noch in der Komprimierung automatisch JPEG angeben, auch das ist bereits vorgegeben. Markenanschnitt, hier muss man eigentlich nichts auswählen, außer dass wir die Anschnitteinstellungen des Dokuments verwenden wollen. Dort haben wir ja schon 3 mm hinterlegt, und die werden wir jetzt beim Export mit anzeigen lassen. Dann gehen wir zur Ausgabe. Und hier ist ganz wichtig, dass man die richtige Wahl trifft, denn hier muss man einige Sachen berücksichtigen, damit es auch wirklich im richtigen Zielfarbrauch konvertiert wird. Und via Printo schlägt an dieser Stelle vor, in Zielprofil konvertieren, Werte beibehalten. Und als Zielprofil, ich schaue nochmal kurz drauf, ISO-Coated, V2 300% ECI, das habe ich hier unten, ISO-Coated, Coated steht in diesem Fall für gestrichenes Papier, ist das Gegenstück quasi zum ungestrichenen Papier, was man vielleicht aus Zeitungen kennt, was so grob porig ist. Und dann müssen wir eigentlich nur noch zum Reiter erweitert, und dort müssen wir auf die Transparenzreduzierung hohe Auflösung wählen und dann hier bei abweichenden Einstellungen die Checkbox aktivieren. Das war es eigentlich schon. Wir werden jetzt den Export beginnen. Brumm, dürfte nicht allzu lang dauern, hoffentlich. Sonst muss ich die Pause-Taste drücken. Ah ja, jetzt sind wir schon fertig. 18 Seiten, wunderbar. Jetzt werde ich hier mal ein bisschen rauszoomen. Albrecht Markus. Ah ja, und seht ihr das hier, warum das so breit ist? Das ist der Anschnitt. Der wurde jetzt hier mit exportiert und deswegen wirkt es auf uns so breit, aber der Schnitt erfolgt ja ungefähr an dieser Stelle. Albrecht Markus aus München, das passt. Ich habe jetzt zwei Mitarbeiter, die nicht in München stationiert sein sollten. Genau, richtig. Die sitzen nämlich in Erfurt, das ist der Außendienstmitarbeiter, und der Kollege vom Projektmanagement, der sitzt auch in Erfurt. Und was wirklich ziemlich toll ist, ist, dass man bei Via Printo zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Multiversand einzurechten. Das heißt, hier sitzt 90% der Belegschaft in München, aber die restlichen 10% sitzen in Erfurt. Dann kann man beim Bestellvorgang wirklich schon ganz einfach festlegen, ich möchte gerne, dass die letzten zwei nach Erfurt gehen. Und um das umzusetzen, müssen wir noch im Akrobat nichts weiter machen, als dieses große Dokument einmal splitten. Über Werkzeuge, Seiten kann man das Dokument teilen, weil wir brauchen von allem ein Einzelnes. Anzahl der Seiten, ich möchte gerne zwei Seiten jeweils haben. Bestätige das, und dieses Dokument wurde erfolgreich in neun Dokumente geteilt. Das heißt, wir haben jetzt jeweils eine PDF für einen Satz Visitenkarten. Das bestätige ich jetzt an dieser Stelle, und dann gucken wir uns das mal im Browser an. Okay, im Export-Dialog sieht das Ganze ja recht sauber aus. Hier haben wir alle unsere Seiten, und das sind die Einzelnen. Das Dokument mit allen Seiten können wir dann auch an der Stelle entfernen. Und jetzt besuchen wir nochmal die Webseite von Viaprinto, werden dort die Visitenkarte noch einmal anwählen, und werden im Hochformat unsere Dokumente hochladen. Da haben wir dann einen praktischen Dokumentenmanager, und dem werde ich jetzt einfach sagen, dass er all diese Dokumente nacheinander hochladen soll. Das kann jetzt ein bisschen dauern, deswegen drücke ich jetzt an dieser Stelle einfach die Pause, und wir sehen uns dann gleich wieder. Und wenn wir uns wiedersehen, dann ist das Ding schon tutti komplett hochgeladen. Ja, und da bin ich schon wieder, ging doch super fix. Ich habe jetzt hier unsere letzte Visitenkarte noch, die 9er. Die werde ich jetzt auch ergänzen. Und hier in dieser Vorschau-Funktion sehen wir schon Fels Friedrich. Das ist der, der in Erfurt stationiert ist. Und den legen wir jetzt auch noch in den Warenkorb. 250 Stück bekommt auch dieser. Jetzt habe ich hier eine Übersicht des Warenkorbs, und die letzten beiden gehen nach Erfurt, und die ersten gehen alle nach München. Dann gehe ich auf Weiter. So, und jetzt schaut euch das mal an. Wir können hier mehrere Adressen wählen. Versenden sie an eine oder mehrere Adressen. Dann werden wir uns den Albrecht aussuchen und den Friedrich Fels. Und hier kann man jetzt auch die Positionen festlegen. Also, er bekommt hier jeweils immer nur 0. Kann man hier auch bei denen machen. 0, 0. So, und dann gehen wir noch auf Position 6 und 7. Das sind die zwei, die nach Erfurt gehen sollen. Deswegen stelle ich die für den Standort München auf 0. Und die Erfurter bekommt 250. Dann kann man noch ganz praktisch den Versand berechnen. Der wird uns jetzt einen doppelten Versand natürlich in Rechnung stellen. Aber ist ja klar, es geht ja auch an zwei verschiedene Adressen. Jeweils einmal 4,95. 4,95. Dann können wir noch auf Weiter gehen. Und jetzt haben wir eigentlich wirklich eine Zusammenfassung, wie das Ganze denn aussehen soll. Genau, Lieferung Deutschland, 9,90 Euro. Gehen wir eins weiter zur Übersicht. So, und hier sehen wir es nochmal. Multiversand. Jetzt haben wir alles so eingestellt, dass die Erfurter ihre Visitenkarten bekommen. Die Münchner bekommen ihre Auswahl der Visitenkarten. Dann kann man das Ganze bestätigen. Das werde ich jetzt nicht machen, sonst werden hier an irgendwelche fiktiven Adressen Visitenkarten verschickt von irgendeinem dubiosen Architekturbüro, das es überhaupt nicht gibt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle hier beenden. Aber ihr habt jetzt wirklich einiges kennenlernen dürfen. Und ich hoffe, dass euch das Designen, aber auch die Datenzusammenführung und dieses Upload-Fenster, um einfach mal zu erkennen, wie einfach das ist, bei einer Online-Druckerei etwas in Auftrag zu geben. Dass euch das gefallen hat, dass ihr auch wirklich Spaß dabei hattet. Und ich wünsche euch wirklich viel Erfolg beim Umsetzen zu Hause. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Probiert es einfach mal aus. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Euer Stefan von psttutorials.de. Bis bald.